Mein Name ist Philipp Juttner, ich bin 28 Jahre alt, seit 2013 bin ich im Unternehmen und arbeite aktuell hier als Einkäufer. Ich bin damals zu Nobby gekommen und habe die Stellenanzeige im BWV gesehen, habe mich daraufhin beworben und habe nach kurzer Zeit hier auch die Zusage bekommen, habe auch meine Ausbildung hier gemacht und bin dann 2015 ungefähr in Einkauf gekommen und dort bin ich auch geblieben. Also im Einkauf sorgen wir dafür, dass wir ständig genug Ware auf Lager haben. Dabei beziehen wir die Ware hier aus Europa, aber auch vor allem aus Asien. Wir haben aktuell ca. 60 Lieferanten in Europa ansässig und ca. 90 müssten es in Asien ungefähr sein. Einige haben wir sogar hier aus der Region in Bocholt. Dadurch, dass wir in Bocholt die Nähe zu den Niederlanden haben, haben natürlich einen Standortvorteil und dementsprechend auch einige Lieferanten in den Niederlanden, aber auch wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.